Im letzten Video haben wir uns angeschaut, wie man Autotype verwendet und haben einfach mal so hingenommen, dass KeyPass irgendwie durch viel Magic automatisch unseren Benutzernamen und Passwort eintippt. Jetzt schauen wir uns mal genau an, wie dieser Mechanismus funktioniert. Dazu bin ich jetzt hier wieder bei Freenet angemeldet und logge mich wieder mal aus. Und hier bekomme ich dann wieder das Login-Feld angezeigt. So, gleichzeitig mache ich mal hier meinen Eintrag auf, schiebe den mal ein bisschen zur Seite und öffne den nochmal. So, gehe hier ins Autotype-Menü. Also, wenn wir diese Tastenkombination drücken, schaut sich KeyPass an, ob das aktive Fenster, in dem wir gerade stehen, also in dem Fall wäre das das Freenet-Fenster, ob es das irgendwie in seinen Autotype-Einträgen hat. Das sehen wir hier, wir haben es ja vorhin eingetragen in dem Video, und das gleicht er im Grunde ab mit dem, was hier oben steht, oder steht auch Freenet.de, also passt das zusammen. Im nächsten Schritt schaut er jetzt, was er machen muss. Also, wenn ich Freenet.de auswähle, sagt er, Standard-Tastensequenz dieses Eintrags verwenden. Schauen wir hier, was ist die Standard-Tastensequenz? Das ist, das erbt er von der Gruppe, aber standardmäßig ist es genau das hier, Username, Tab, Passwort, Enter. Er macht also nichts anderes, als sich hier den Username zu suchen, den hier einzugeben. Dann drückt er Tab, das mache ich jetzt auch mal, damit springt er ins nächste Feld. Und dann trägt er das Passwort ein, wenn wir hier nochmal bei Autotype schicken, dann holt er sich hier das Passwort raus, trägt es hier ein und drückt Enter. Das könnte ich genauso, wie es da steht, mit der Hand tippen und würde mich einloggen. KeyPass macht es halt automatisch für mich. So, das kann ich auch verändern. Und dieses Verändern brauchen wir zum Beispiel bei Yahoo oder Gmail-Accounts. Ich habe jetzt hier mal mein Gmail offen und es fällt schon als erstes auf, ich habe hier gar kein Passwortfeld. Also, E-Mail-Adresse eintippen, Tab drücken, komme ich gar nicht ins Passwortfeld. Also kann ich diese normale Sequenz hier schon mal gar nicht verwenden. Aber keine Angst, auch das geht problemlos mit KeyPass. Dazu habe ich hier mal in Google einen Mail-Eintrag mal aufgemacht, den könnt ihr euch als Vorlage nehmen, der funktioniert so. Dort mache ich es folgendermaßen. Ich habe hier auf, also erstmal Standardsequenz überschreiben ausgewählt und kann hier auf Bearbeiten gehen. Dann komme ich in so ein Bearbeiten-Fenster, da habe ich dann die ganzen Sachen zur Verfügung, die ich brauche. Und zwar gebe ich als erstes den Benutzernamen ein, drücke dann gleich Enter, Delay 1500, das heißt, es gibt eine Verzögerung von 1500 Millisekunden. Der wartet einfach, er macht einfach nichts. Also wenn diese 1,5 Sekunden verstrichen sind, gibt er das Passwort ein und drückt dann Enter. Und das schauen wir uns jetzt einfach direkt mal an, wie das ausschaut. Dazu füge ich die Seite, die gerade offen ist, nochmal sicherheitshalber hier hinzu. Die nennt sich irgendwie Gmail. Wieder unser Sternchen hier hinten machen. So, das bestätigen wir dann auch. Und nochmal. So, und jetzt drücke ich wieder mal Tastenkombination. Jetzt wird auch KeyPass wieder schauen, aha, Gmail, kenne ich das. Schaut hier im Eintrag nach. Autotype, Gmail, ah, kenne ich. Also benutze ich das, was hier steht. Probieren wir aus. Jetzt wartet er. Und jetzt gibt er Passwort ein und drückt Enter. So schnell könnte ich mich per Hand hier einloggen. Und da bietet mir also KeyPass ziemlich viel Freiheit, wie ich diese ganzen Einträge hier benutze. Man kann sich das, man kann hier durchscrollen und die Tastenanschläge, die es alle so gibt, sich mal anschauen. Es gibt auch von KeyPass eine umfangreiche Autotype-Dokumentation. Die ist auch im Video mal verlinkt. Auf der wird dann wirklich alles beschrieben, natürlich auf Englisch, was es so für Möglichkeiten gibt, sich das Leben einfacher zu machen mit KeyPass. Und da gibt es wirklich, wie ihr seht, eine ganze Menge. Aber eine wichtige will ich vielleicht noch erwähnen, und zwar STRG-V. Dazu gehe ich jetzt hier nochmal, oder beziehungsweise gehe ich mir in den Fremail-Account. Wenn ich dieses Autotype nicht mit diesen drei Tasten automatisch machen möchte, kann ich das auch anders machen. Ich muss dazu erstmal hier mich reinklicken wieder, wo ich eigentlich reintippen möchte. Ich wechsle dann direkt zu KeyPass, also nicht zwischendrin irgendwo hin wechseln. Klicke auf mein Freenet-Eintrag. Jetzt mache ich einen Rechtsklick drauf. Dort gibt es die Möglichkeit, Autotype ausführen einfach manuell auszuwählen. Und das geht auch mit der Tastenkombination, wie man sieht, STRG-V. Also klicke ich hier drauf, drücke STRG-V. Und auch dann kann KeyPass einfach die Benutzerdaten eingeben.